Und wenn ein Lieb meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe entdrängst. Wo seid ihr? Wenn ihr nicht singt, kann ich keine Beatbox machen, sonst muss ich nur singen. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Äxten mehr kennst. Von unserer Bürgerstiftung und dem Lions Club und den Rotariern. Und diese drei haben sich zusammengetan. Der Herr Grobe hat die Idee gehabt. Und die Eber, die jetzt so entstanden sind, sind verkauft worden oder diese werden versteigert. Und damit wird ein neuer Bus für das Jugendzentrum und die Jugendarbeit in Eberbach angeschafft. So sieht's aus. Freie singt in Eber State bollene Klawitz. Ich denke, das war die schönste sechste Stunde seit Langem, die unsere Schülerinnen und Schüler hatten. Singen! 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 Wenn sie vorbeigeht, dann scheint es wie ein Feuerwerk. Vor einem Himmel ist es sie, die ich bemerke. Macht's gut, peace, bis bald. So, ab nach Hause. Tschüss, tschüss. Ich wünsche euch der Herz und den Glück. Euch allen auch vielen Dank für die Teilnahme. Jetzt gehen wir in die Mittagspause. Der Nachmittagsunterricht findet statt. Das letzte Zoom am letzten Abend sangst. Mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Und dieser Gruppe, hier kann's kein Herz mehr sein.